Die Kreisstadt Südböhmens Der Samsornbrunnen wurde 1727 errichtet. Untertitelung des ZDF, 2020 Der Dom St. Nikolaus ist barock und wurde 1641 geweiht. Der Dom St. Nikolaus Ein Spaziergang durch die engen Gassen von Budweiss ist lohnenswert. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Edel Gotik zeigt die Marienkirsche des alten Dominikanerklosters. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nach einem Stadtbummel von einer Stunde sind wir wieder am Hauptplatz zurück.